Gut, den hatte ich auch noch gehittet. Was hatte der denn bitte? Alles möglich hier. Mach hier die Waffen auf den Boden einfach. Nicht die Waffen, sondern die Fallen. Ja. Oh, der hatte noch eine Machete hier. Pass auf von hinten. Pass auf. Kann ich die Machete haben? Dann nimmst du den Kukri. Weil ich nehm mich hier den. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Detailing. Ich bin CoolPepersOutlet. Alles klar. Au. Ja, versau ihm erstmal die Begrüßung. Ja, mit live. Ich war richtig geschockt, weil ich bin raussprungen. Eigentlich war da gerade ein Erdogton auf einmal ist die despawn einfach. Ja, das ist normal. Ich bin CoolPepersOutlet. Ich hab ne Crowbar. Ich bin Survival. Ich bin Patrick. Hallo. Hallo, Survival Patrick. Ja, hier ist. Hier ist. Anders zu weit schießen ist ein Barrel. Okay, das ist gut. Dann lass es da unten. Ist kaputt zu machen. Was sagst du? Ich hab ne Alarmgun. So gut. Ich hoffe ich finde genug hier oben. Ich heiße Patrick. Ich hab ne Hammer. Ich hab Breast Knuckles. Ich hab ne Item Quade. Hab ich auch schon gehabt. Explosive Mine. Super. Ich bring Geld, ja. Ja, stimmt. Das läuft. Leg die mal hin und ich lauf drauf einfach. Das ist also gut. Na ja, Explosive Mine? Du meinst die Claim, aber. Ja. Ich heiße Explosive Mine. Okay. Ja, die explodieren aber nicht bei dir selbst. Ja, aber da kann man draufwerfen oder draufschlagen. Ja, super. Super. Verkauf dir lieber. Verkauf dir lieber. Ich weiß, hab ich auch vor. Okay. Ja, dann ist doch gut. Ich hab zwei Schlagringe. Immer so brutal. Und eine Crova. Auch schlimmer. Naja. Ähm. Muskelman-Mail. Irgendein anderer Bullshit. Warum höre ich hier direkt an der Wand fliegen? Eben fliegen. Ich muss dann gleich mal verkaufen. So. Okay. Ich kotze noch hier hoch. Hier um ist einfach gar nichts. Ein Contestant just killed. Somebody. With a melee weapon. Obwohl ich sehen irgendwas. Sieht nichts aus. Äh, Stamina Boost könnte ich gebrauchen um zu dir zu kommen. Oh, 300 Meter. Oh. Dauer 300 Meter. Dauer 300 Meter. Ich muss kurz was holen. Ich bin gleich bei dir. 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 Mit einem Bier. Ich kam mal live. Und? Nein. Wollten wir nicht wissen? Nicht in der Art. Nicht auf die Art und Weise wie du jetzt sagtest. Ich bin unterwegs zu dir. Wir werden kommen wir nicht zu neu. Ich hab zweimal Pfeff... Also wir haben viermal Pfefferspray. Richtig dumm. Also unnötig. Nö. Das wär gut. Das wär fast Spay. Ich spay den Gang nach Tode. Wenn das gehen würde. Es gibt so ein... Bei dem... Einem Haus ist auch... Ein Barrel hinter. Bei dem... Überall Barrels in der Mitte gehören. Im Berg gebauten. War hier schon jemand? Ja, hier war schon jemand. Nö. Ich kann meinen Javeliner wenden. Du willst rufen. Nein, Javeliner bringt nichts. Wir brauchen einen Numberjack. Dann... Dann... Dann öffne ich eine... Blaue Kiste. Ja, dann öffne ich... Bukri. Supi. Ich hole kurz einen Farmfire. In eine grüne Kiste. Ich höre einen... Airdrop. Biva. Ich bin jetzt gleich bei dir. Hä? Ich dachte da ist jemand drin. Wo? Im Pompaar. Da dachte ich auch. Aber der ist abgehauen als ich reinkam. Okay. Ich... Ich... Also... Wir haben mit dem Zirka gleichzeitig bereit hier reingegangen. Und ich bin da wieder rausgegangen. Alles klar. Ja. Und dachte ich mir... Ha. 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 Ich brauche noch vier Sachen. Was? Zu verkaufen. Warum? Ja dann kann ich meinen Air doch rufen. Warum denn? Ja immer noch den Hunter. Oh. 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 Ich mach mir schon mal ne... Äh. Ich hab den Hunter. Ich hab's. Ich mach mir schon mal ne Bandage. Ja. Ich hol kurz dir den AirDrop. Wir probieren uns einfach den hinzuholen. Äh. Die sind schon in der Mitte. Egal. Die klatschen wir. Ja. Ah. Was würde ich da... Aber ist noch niemand da hier hin. Oh doch da. Ich schnell mal hochgegangen. Fahr mal los. Jetzt war die zweite und die dritte Kiste sind... Wo die Sachen drin sind. Ja los die klatschen wir schnell. Na ja wahrscheinlich. Die haben die dritte doch schon auferhalten. Ja und? Ja viel spaß. Die werden schon geschossen, die hast du? Ich guck von hier hinten zu Nicht in die Richtung hier laufen Da sind drei Leute hinter dir Mein AirDrop kommt doch gerade Achso Achso die campen glaube ich gegenseitig Ja die bekämpfen sich gegenseitig Mein AirDrop kommt Ja ich hab ihn Äh scheiße scheiße bei mir ist einer Bei mir sind mehrere Ich komm und helf dir Ok er geht weg Er ist fast tot ne Jörn Ja Bleib Lenk ihn einfach nur ab Lenk ihn einfach nur ab Ich muss kurz meine Banane nehmen warte warte Hab ich genommen ok Ich hab alles Ich hab noch 21 Leben Ich hab 38 Komm Jörn wir hauen ab in die Wildnis komm Nein da war ich ja schon drinnen Achso Nein Du willst dich da heilen Ja ok 8 Leben Ich hör links ein 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 Von links kommt einer Hab ihn sofort eingesprüht er ist abgehauen Ja Warte Ich komm mal leben Ich geh hier oben hin mit der Waffe Ich hab 40 Leben Man hörts ja wenn die Tür geht Ja Er ist jetzt rechts von uns Er ist jetzt rechts von uns Ok jetzt kannst du Ah scheiß ich brenne ich brenne Hey Danke Ich hab jetzt keine Funks mehr Er macht 82 Ok äh hier Alarmgun willst du verkaufen Äh warum Hast du Main Tracker Nö Äh 50 Meter vor uns Wird du Main Tracker gehen wir mit 2 Pass auf pass auf pass auf Ok den krieg ich doch nicht Oder doch Vielleicht überstehen Nein Komm mal den Main Tracker bitte wenn du snipest Ja Wie so ein echter Sniper Der Alarmgun wenn du willst kannst du auch stoppen Wenn du nicht brauchst Dann könntest du die Waffe aufladen Wieviel Punkte hast du? Äh ich hab 116 ich kann aufladen Ok äh ja gut Der war ihm irgendwie rechts Ist nach rechts irgendwie hintergelaufen Ich höre Schritte Ich höre Schritte Ja 29 Meter noch da Na wo 28 Meter noch nicht in der Tür unten Tür unten Welche Gut den hatte ich auch noch gehittet Was hatte der denn bitte? Alles mögliche Mach hier die Waffen auf dem Boden einfach Äh nicht die Waffen sondern die Fallen Ja Oh der hatte noch Machete hier Pass auf von hinten Pass auf So Kann ich die Machete haben? Dann Müsst du den Kukri Weil ich nehme hier den Cobra auch gut Äh Warte mal ich höre mal nach oben hier Alter wie viele Fallen hatte der denn bitte? Ich hab immer noch 4 Fallen Ja? Ja Hier ist auch eine Crafted Coltrop Ja ich weiß Hier oben liegt noch ein Hammer Ich weiß noch ich hab ihn geworfen Ein Funk bringt das Dann stelle ich das hier doch vor den Lebensgenerator Ja Am Ende laufen wir selbst rein ne? Äh wir machen uns damit selbst kein Schaden Nein ich will keinen Ich will den ab Ok aufheben Geht nicht egal ich halt Wir sind jetzt überall Fallen If I was a real doctor I wouldn't be There you go Ja ich will den Coltrop aufnehmen Geht nicht Nein die geht nicht hab ich auch schon versucht Äh oben liegt noch ein Hammer Ja Ich hab noch 3 ja ich weiß noch nicht geworfen Ich hab 3 Schuss im Ding Ich kann schon 2 mal aufladen Ich kann schon 160 Da war 160 hier verkauft nochmal Dann kannst du gleich 2 mal aufladen Weil wir haben keine Ahnung Ich kann doch schon 140 kann man 2 mal aufladen oder ne 50 sogar Ich doch Ja stimmt Ne egal ich verkauf trotzdem Pass mal unten auf die Tür auf Da kommt jemand Ja Von vorne Also von Er ist drin ist drin Er ist wieder raus Er versucht die andere Tür Glaub ich Vielleicht in einen der schönen Fallen reingelaufen Ja Geil Ich geh aufs Dach und versuche ihn zu treffen Ey wir müssen hier unbedingt nachher wieder rein Nicht beide nach oben Johan bist verrückt Der ist unten links Ich hör doch die Türen Der Einer muss aber aufpassen Oh äh links ist ja Ich stehe mit dem Warte Hier kurz versuchen ihn von oben zu treffen Er ist weg gelaufen der Einer Ja Das war der eine Wie viele leben noch? Äh Wir ein anderes Team und der eine Ja Wir müssen aufladen gehen Weißt du wo in der Nähe eine Crate ist? Äh Barrel Sind wir in der Survival Station? Ne ne? Ne wir sind Pompos Weil Survival Station waren zwei In der Nähe Ja Der ist in der Mitte Äh Airport vielleicht mal gucken? Ne Survival Station waren zwei einfach direkt Ja Survival Station war aber komplett gegenüber Ja aber Airport war auch einer oder? Oder ne letzte Zone war das Shit Egal das trotzdem gucken gehen Guck mal irgendwo wo ich bin Haha das ist Killer Geht wenn unbesiegbar gegangen hat hat ein Borgen dann Äh da oben ist noch ein Funk Barrel Gibt uns aber im Moment nicht Ich kann zweimal aufladen Bald dreimal Ja dreimal geht sowieso nicht Ne dann ist kein Funk Barrel Äh kein Auflade Barrel oder? Survival Station Ja Wir müssen halt aufpassen sonst niemand Aber ich kann auch scannen einfach wo die sind Naja gute Idee Wahrscheinlich ist das oder? Auch da Mitte Ja da ist dann der Nächste Wir laufen durchs Gebüsch so dass die uns bis sehen Okay Die werden trotzdem im Entweck haben Und dann ist es auch da Den ein den du eben dringend Im Gebäude Links da ist der einer Der darfst jetzt in die Mitte Ja lass ihn laufen Ja Warte mal vielleicht ist hier ein rei Hier oben wieder Äh airdrop Ja da Der fliegt nach da Kannst du ihn treffen oder hast du noch keinen Schuss mehr? Ich hab keinen Schuss mehr Ich hab gar nichts mehr Aber wenn ich ihn sehe kann ich mit einer Langwand versuchen Hey der ist doch schon weg Der schwebt da oben drüber Ja Hast du ihn getroffen? Oder waren die das? Glaub ich war das Warte ich lauf mal kurz hier nochmal Links übergibt sich jemand Der ist glaub ich reingelaufen in seinem Haus In das Pumpenhaus Hier oben ist auch ein Eggcloth of Barrel Hä? Komm hier hoch Loi Hier Schnell Warte halt mal das Läu What the fuck? Wo ist die? Die ist runter gefallen In den Fluss Egal Sie fliegt weg Die ist einfach mega krass rumgebackt eben Die ist in den Fluss und reingefallen Bei mir ist sie hier durch die Gegend geflogen Und dann runter Ja In den Fluss Drei Schüsse waren von mir eben richtig kacke Also ich muss schneller schießen Und gezielter Hier Ja Das war acht Schüsse neue Nice Wie viel Punkte hast du? Ein paar Was heißt ein paar? 50 Oh ich bin fast tot Okay Siehst du die Alarm gone? Äh ja Ja Wir tauschen Crowbar gegen die Machete Wo ist die Machete da? Hauptsache erstmal erkundigen ob ich wirklich eine Machete habe Ja ich wusste dass du eine hast aber nicht als weggebrochen Was sagt der ein Maintracker? 5 plus 9 plus noch da wo ich ihn laufe Okay vielleicht können die Richtung Meter Oh hier rechts Quatsch Rechts hat die haben auch 57 Meter vorn 57 57 56 Attacke Ich brauche freies Sichtfeld Du wirst hier nicht Kriegen kommen Ich habe den Erstschlag gesetzt hier Einen starken Erstschlag Die haben auch eine Waffe Geh weg Warte ne ich hole den Ich hole den Den ist meiner Ja Ja nice Easy 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 win Easy 2 kills Ramage 299 Der 167 Die hatten auch eine Waffe glaube ich so wie das aussieht Ja Der hatte glaube ich ein Blasrohr war das Ja ich weiß nicht auch irgendwas Oh ja ein Blasrohr Geile Runde Gewonnen Geiles Blasrohr würde ich ja sagen Runde Runde Was Ich habe einen schwarzen Punkagel gekriegt Aber Lila sieht gut aus Ne ich habe einen Cowboy hat gekriegt Und die Athletics Shorts habe ich Okay Leute ich hoffe euch hat Spaß gemacht so zu schauen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Machts gut haut rein Tschaui Tschüss Ey das war übrigens die schnellste Runde bis jetzt die wir gewonnen haben 15 Minuten ungefähr Die wir gewonnen haben Also die dritte Runde die wir gewonnen haben meinst du Ja die dritte stimmt die dritte Ne vierte Eins Müsste die vierte sein Ja 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 kann sein Tschüss Begrüße Gнос Gäst Gäst Ä Gw Gäst Am Gäst 18